Och nee, nicht die Karte. So. Das auch noch halt stark, die hier. Oh yeah. Oh ja, direkt neben dem Generator, das kommt am besten. Wenn das hier Ghostface ist und das Schwein, dann werde ich mich hier garantiert erschrecken. Dann werde ich hier garantiert sterben. Ja. Aber nicht hier. Einmal. Ja. Ist okay. Er lässt auch den Generator knallen. Ich gehe da mal woanders hin. Nein, es ist das Schwein. Echt? Es ist das Schwein. Ich habe eine von diesen Maschinen gerade gesehen. Ach nöööööö. Es ist natürlich die perfekte Karte. Ja, das ist doch dann schon schwer zu gewinnen hier. Wollen wir uns direkt einfach aufhängen? Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Einfach unter den Haken stellen und warten. Da hat er gerade in meine Richtung geschaut. Und wieder so ein Rabe. Okay. Okay. Das ging. Ich habe was getan. Ich bin gleich fertig mit dem Generator. Ich habe ja eigentlich schon ein Drittel fertig. Schneller, schneller, schneller. Oh, sehr gut. Du hast den Generator direkt neben beiden. Ja, es kommt jetzt auch dahin. Wer hängt da hinten noch? Ich hole den jetzt. Ich bin gerade da. Ich bin quasi ums Eck. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Ich lauf mal zu dem Generator, den du fertig gemacht hast. Kennen sie da? Ich weiß es nicht. Jetzt rennt sie hinter mir her. Na, sie rennt hinter mir her. Auf der anderen Seite. Oh, ich habe eine Protektion bekommen. Habst du dir ein Ding aufgesetzt? Ja, klar. Und ich bin sehr weit weg von dir. Hier ist irgendeiner, der sich hält in der Nähe. Jetzt ist der gerade beschäftigt. Also, es ist keiner mehr in der Nähe, der irgendwas machen kann. Ich bin gerade hinter mir. Ich sehe mal da hin, ja. Okay, sie ist aber immer noch bei dir in der Nähe. Nee, ich höre keinen Hottbiet mehr. Ja, dann ist sie ja mal ran davon. Sie ist doch bei dir. Ja, gut, es ist auf jeden Fall keiner von den Survivoren hier in der Nähe. Okay, sie ist aber wohl hinter mir. Komm zu dir. Hoffentlich krieg ich noch bevor du struggling los. Ja, das wäre sehr geil. Das kommt irgendwie mal anders zu mir. Nein. Die nette Maske, die hier auftaucht. Ja. Das ist so eine schöne Maske, die hier anfängt zu piepsen und irgendwann macht es bumm. So eine Mensch ärgere dich nicht, verlier dich die Kopfmaske. Ja. Hauptsache, es geht schon mal ein Schnitter zu getippen. Oh ja, jetzt hat sie mich wieder. Ja, ich kann zwei Dinge noch nicht mehr hängen und gleich explodiert mein Schädel. Okay, den Schädel habe ich schon mal erledigt. Sie ist relativ in der Mitte gerade. Ich muss mich erst mal entjabbern. Kann sie irgendwer vom Haar holen? Ich brauche noch ein Viertel Healing, dann kann ich rüber. Ja, das sparen wir. Oh, perfekt. Ah, Mr. Dead spielt wieder Dead by Daylight. Die kenne ich doch zu deinem Kopf. Ich habe bei. Okay, ihr sprintet gerade mal vorbei, alles klar. Ich sollte auf die Skillchips achten, das ist definitiv eine gute Idee. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie das immer dicker wird. Ich habe hier noch eine halbe Gem. Ich habe sicher versucht, das zu lenken. Das ist eine verletzte. Ja. Ich habe jetzt drei Generationen fertig gemacht. Ich habe jetzt etwas mehr als einen gemacht. Okay, sie ist sehr weit weg. Ich kann Ausgang aufmachen. Mach. Ich mache den einen auf. Beziehungsweise mache ihn fast auf, dann kann man ihn noch mal unterholen. Okay. Ich muss ihn aufmachen, weil ansonsten macht der andere den nicht auf. Ja, renn du weg. Du kannst da noch. Hey, X-Play. Willkommen im Stream und vielen Dank für deinen Follow. Ah, okay. Wurde runtergeholt. Sehr schön. Nee, bist du tot. Oh, bist du tot? Ja, gut. Dann. Dann. Dann kann ich bei dem Spiel keine Auflösung einstellen. Nein, bei dem Spiel kannst du keine Auflösung einstellen. Es ist ... Er ist ja gerade vorbei gelaufen. Alles klar. Und der andere hat sich verzogen. Ja, dann gehe ich halt auch. Oder bist du in der Nähe vom Aufkommen? Wenn du rausgehen kannst, kannst du einfach raus. Ne, ich spiele was ja noch. Ja, das ist sehr doof. Deswegen habe ich für das Spiel auch angefangen, meine Monitorauflösung runterzustellen. Und habe den 4K-Monitor jetzt nur noch auf Full HD. Das ist so blöd. Diesmal eine Zuschauer, nennt man eine Seitengabe. Von links nach rechts zurück. Ich muss nachher aber noch mal kurz weg. Was essen und das hier scheinbar ist kein Problem. Das mit dem Essen haben heute Abend sehr viele. So, ja, ich gehe da mal raus. Das mit dem Essen haben sehr viele heute Abend. Ich weiß nicht, was das ist und warum. Und irgendwie macht das jeder. Ach, du bist auch gerade raus, alles klar. Hauptsache immer 13.000 Postgame-Bodus. Okay, ich habe alle vier Dinger da. Ne, nur zwei von den Dinger. Ach so. Okay, ich habe alle vier Dinger. Okay, ich habe alle vier Dinger. Okay, ich habe alle vier Dinger.